Viele haben sicherlich schon von Duelinks gehört, falls nicht, will ich es eben kurz einmal erklären. Duelinks ist Yu-Gi-Oh! als App, jedoch gibt es das Ganze natürlich auch auf Steam. Hier zu erwähnen ist jedoch, dass es etwas anders ist, aber es ist vor allen Dingen eins kostenlos. Wie bereits gesagt, ist Duelinks etwas anders als das normale TCG, denn das Spielfeld sieht anders aus und ihr spielt nur mit 4000 Lebenspunkten. Bei dem Spielfeld gibt es nur 3 Zabon-Fallen-Karten-Zonen und auch nur 3 Monster-Zonen. Außerdem besteht euer Deck nur aus 20 bis 30 Karten und ihr dürft am Start nur 4 Karten ziehen, anstatt im 5 wie beim TCG. Außerdem gibt es eine Fähigkeit, die euer Deck unterstützen kann bzw. euch aus brenzligen Situationen retten kann. Wichtig zu erwähnen hierbei ist, dass das Spiel einen eigenen Kartenpool hat, das bedeutet auch hier gibt es wieder Metadecks, also sogenannte beste Decks des Formats. So, jetzt aber genug geredet, klingt ja schon fast so, als wäre das hier eine Werbung. Doch wie fängt man eigentlich mit Duelinks an und worauf sollte man achten? Das werde ich euch jetzt in 5 Schritten erklären. Ich werde euch systematisch erklären, wie ihr am besten mit Duelinks anfangen könnt. Fangen wir auch mit dem ersten Schritt an. Und der ist eigentlich ziemlich simpel. Zunächst einmal müsst ihr natürlich das Spiel euch downloaden und dann spielt ihr einfach das Tutorial. Das Tutorial zeigt euch, wie das ganze Spiel funktioniert und wo ihr eben was finden könnt. Außerdem macht ihr natürlich eure ersten Duelle. Zu Beginn könnt ihr zwischen Kaiba und Yugi entscheiden und es ist eigentlich ziemlich egal welchen Charakter ihr nehmt, denn später könnt ihr eh den anderen freischalten. Nachdem ihr das Tutorial durchgespielt habt, müsst ihr nochmal ein großes Update downloaden, damit ihr alle Funktionen von Duelinks freischalten könnt. Und damit seid ihr dann auch schon mit dem ersten Schritt durch und wir können zu dem zweiten übergehen. Doch bevor wir mit Schritt 2 beginnen, will ich euch eine goldene Regel sagen, die ihr unbedingt einhalten solltet. Die goldene Regel ist folgende. Kauft auf keinen Fall neue Karten mit Edelstein oder löst auch keine Tickets ein. Falls ihr euch fragt, was jetzt Tickets sind. Tickets sind einfach sogenannte Sonderoptionen, wie ihr eben Karten freischalten könnt. Also auf keinen Fall einfach drauf los, irgendwelche Booster öffnen oder euch irgendwelche Karten holen, denn es bringt euch eigentlich wirklich gar nichts am Anfang, einfach wahllos irgendwas zu holen. Auch wenn Anfang sehr viele Geschenke bekommt, heißt auch viele Edelsteine etc. Spart euch das Ganze, denn das kann später noch sehr wichtig werden. Doch was muss man jetzt eigentlich in Schritt 2 machen? Und zwar ihr baut euer Deck um. Das bedeutet, ihr geht in euren Deckeditor und baut euer Deck so um, dass ihr einfach nur die stärksten Monster, die ihr aktuell besitzt, in euer Deck packt und die Schwächeren eben rausnimmt. Euer Deck sollte optimalerweise 20 Karten enthalten, so ist es auf jeden Fall am konstantesten. Bei den Zauber- und Feinkarten solltet ihr auch nur auf Karten setzen, die eben einen sinnvollen Effekt haben, vielleicht ein bisschen Burnschaden, vielleicht ein bisschen hier und da was tun, ATK erhöhen oder niedrigen, dann ist euer Deck eigentlich schon perfekt vorbereitet für eben den nächsten Schritt. Beim nächsten Schritt kommen wir noch endlich zum Duellieren. Und zwar, ihr werdet einfach gegen die Duellanten antreten, die in der Welt so erscheinen. Ebenfalls wichtig ist, dass ihr nicht nur einfach die Duelle beschreitet, sondern auch die besonderen Stufen-Missionen erfüllt, die euch angezeigt werden, um eben Stufen aufzusteigen. So sammelt ihr automatisch immer mehr Edelsteine und schaltet einfach nach und nach immer mehr frei und auch vor allen Dingen Charaktere. Das ganze macht ihr einfach so lange, bis ihr merkt, dass euer Deck nicht mehr mithalten kann mit den Duellanten in der Welt. Und dann können wir auch schon zu Schritt 3 gehen. Es gibt ja, wie bereits am Anfang erwähnt, eine sogenannte Meta und dort sind eben quasi die besten Decks vertreten. Jetzt könnte man einfach sagen, dass man eins dieser Decks nimmt und spielt. Fertig. Oder? Und ja, so ganz so einfach ist das Ganze dann doch nicht. Denn wenn man jetzt zum Beispiel ein Meta-Deck nehmen möchte, nehmen wir zum Beispiel Harpie, ist zurzeit ein sehr spielstarkes Deck. Das Ganze würde ungefähr um die 29.000 Edelsteine kosten. Und das ist doch eine ganz schöne Menge und dafür müsst ihr ganz schön lange sparen. Doch wie bekommt man diese ganzen Edelsteine eigentlich, wenn wir ja gar kein Deck haben, womit wir uns diese eben verdienen können? Hierbei gibt es ja zwei Wege, wie ihr eben diese Edelsteine sammeln könnt. Zum einen könnt ihr einfach Geld investieren, um eben Edelsteine zu bekommen, beziehungsweise eben Booster-Packs. Und der andere Weg ist eben, dass ihr viel spielt. Jedoch ohne Deck ist das Ganze eben schwer. Und deshalb erkläre ich euch jetzt am Anfang, wie ihr ganz einfach ein spielstarkes Deck euch holen könnt. Zunächst erkundigt ihr euch einfach mal im Internet oder auf YouTube, was aktuell die guten Decks in Duel Links sind. Das ist natürlich je nachdem immer ein anderes Deck, denn wenn ich jetzt sage, was die besten Deck sind, ist das vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr so. Und wenn ihr das getan habt, guckt ihr einfach, welches Deck davon auch als Structure Deck erhältlich ist, denn dort sind immer schon sehr viele gute Karten zusammengestellt. Wichtig hierbei zu erwähnen ist noch, dass ihr ein Structure Deck nehmt, was an sich schon fast so spielbar ist. Wo man kaum eben noch neue Karten zukaufen muss, beziehungsweise zusammeln muss. Wenn wir uns das Ganze aktuell angucken, würde ich zurzeit empfehlen, Edle Ritter zu nehmen. Es ist an sich ein sehr gutes Deck, was natürlich nicht das beste Deck überhaupt ist, aber auf jeden Fall sehr spielstark ist und quasi schon fast fertig ist, wenn ihr euch ihm einfach das Structure Deck holt. In den meisten Fällen ist es am besten, das Structure Deck gleich dreimal zu holen, denn so habt ihr alle spielstarken Karten direkt dreimal und könnt daraus eben das perfekte Deck zusammenstellen. Das erste Mal ein Structure Deck zu holen, kostet 1000 Edelsteine, das zweite Mal kostet das Ganze 4,49 Euro und wenn ihr euch das dritte Mal ein Structure Deck holen wollt, kostet das Ganze 7,99 Euro. Das bedeutet ungefähr müsst ihr um die 13 Euro ausgeben, wenn ihr eben das erste Mal ein Deck machen wollt. Jetzt habt ihr euch zwar dreimal das Structure Deck geholt, jedoch fehlen euch natürlich noch andere gute Karten, die außerhalb dieses Decks existieren. Und hier kommen auch die Tickets ins Spiel, die ich schon zu Beginn erwähnt habe. Tickets bekommt ihr allgemein einfach durch den Anmeldebonus, das bedeutet, wenn ihr euch öfter anmeldet, bekommt ihr eben solche Tickets. Mit diesen Tickets könnt ihr dann einfach gute Karten euch ertauschen, das bedeutet ihr könnt die restlichen Karten, die euch noch fehlen, darüber holen. Bei den Tickets ist es besonders wichtig, dass ihr eben allgemeine Karten nehmt, das heißt ihr nehmt keine Karten, die speziell für ein gewisses Deck geeignet sind, sondern einfach Karten, die man quasi in jedem Deck spielen kann. Aktuell sind das zum Beispiel Karten wie Raigeki-Brecher, Schicksalsschlag oder heimtückische Fallgrube. Aber auch Karten wie Ernste Predigt sind eigentlich ziemlich spielstark. Allgemein kann man sagen, dass Karten sehr gut sind, die die Normalbeschwörung aufhalten bzw. verhindern oder eben Zauber- und Fallenkarten, die einfach andere Zauber- und Fallenkarten zerstören. Wichtig ist jetzt noch über eine Sache zu reden und zwar die Fähigkeit. Bei Duel Links gibt es eben die Fähigkeit und je nach Deck wollt ihr natürlich eine andere Fähigkeit spielen, die im Perfekt zu eurem Deck passt. Auch hier erkundet ihr euch einfach mal, welche Fähigkeit zu eurem Deck passt, was ihr gewählt habt und dann versucht einfach eben diese freizuschalten. Hierbei müsst ihr einfach gewisse Charaktere freischalten und diese auf ein gewisses Level bringen und schon bekommt ihr eben gewisse Fähigkeiten. Manchmal ist es auch so, dass ihr Fähigkeitstickets bekommt. Das bedeutet, ihr bekommt ein Ticket, womit ihr euch einfach irgendeine Fähigkeit aussuchen könnt, die ihr dann eben bekommt. Die sind natürlich auch sehr praktisch, jedoch sind sie eigentlich ziemlich selten. Jedoch, wenn ihr euch jetzt gerade anmeldet, kriegt ihr es durch das KC Grand Tournament eben genau so ein Ticket. Und fertig. Schon habt ihr ein spielstarkes Deck und könnt einfach direkt losgehen. Ich zum Beispiel habe das Ganze auch gemacht. Hier seht ihr einfach mal meine Deckliste. Dort habe ich eben genau das gemacht, was ich eben quasi erklärt habe. Und genau mit diesem Deck nehme ich gerade am KC Grand Tournament teil und bin bereits Level 13 von 25 und das ziemlich problemlos und das mit einfach diesem Deck. So, jetzt habt ihr schon ein spielstarkes Deck und könnt eben an den Events bei Duel Links teilnehmen und werdet nicht immer verlieren. Zusätzlich könnt ihr jetzt dadurch einfach weitere Edelsteine sammeln, um eben in Zukunft euch vielleicht ein weiteres Deck zu holen. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 4, denn ich erkläre euch jetzt, was man bei Schritt 4 beziehungsweise macht, wenn man sich ein neues Deck holen möchte. Beim vierten Schritt ist es so, dass ihr zunächst einmal das Deck verbessern könnt, das ihr zu Beginn gebaut habt. Das bedeutet nicht nur, dass ihr die drei Structure-Decks benutzt, sondern vielleicht auch noch andere Karten, die eben euer Deck verbessern. Zum Beispiel bei mir sind es ja die edle Ritter und dort fehlte mir noch die Königin, die ich dann eben einfach aus einem Booster gezogen habe und die dann ebenfalls in mein Deck gepackt habe. Jetzt seid ihr in der Situation, dass ihr euch ein nächstes Deck aussuchen könnt, welches ihr gerne spielen möchtet. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass ihr euch auf eins fokussiert, denn es bringt einfach gar nichts, dass ihr fünf verschiedene Decks machen wollt und von jedem Deck am Ende dann nur fünf Karten habt und dann quasi gar kein Deck davon spielen könnt. Also fokussiert euch auf ein Deck, was ihr holen wollt und sammelt dann eben dafür explizit die Karten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel das Harpiendeck haben wollt, gebt auch wirklich eure Edelsteine genau nur für diese Karten aus und sammelt das komplette Deck. Das kann vielleicht etwas dauern, aber es lohnt sich, denn am Ende habt ihr ein komplettes Deck und könnt damit eben spielen. Doch dass es etwas länger dauert, ist ja gar nicht so schlimm, denn ihr habt bereits hier ein funktionierendes Deck, womit ihr eben bei den Events teilnehmen könnt und zusätzlich natürlich auch gegen andere Duellanden in der ganzen Welt spielen könnt. So, das war dieser Punkt und kommen wir jetzt zum letzten Punkt und zwar Schritt 5. Und beim letzten Punkt will ich euch nochmal ein paar Tipps mitgeben. Ich werde euch vier mit auf den Weg gehen. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Tipps, die man sagen könnte. Doch ich beschränke mich jetzt auf vier, weil sonst würde das hier auf jeden Fall den Raben sprengen. Beim ersten Tipp handelt es sich um einen sehr simplen, jedoch sehr einfachen. Lockt euch regelmäßig ein. Ihr müsst gar nicht spielen, doch wenn ihr euch allein jeden Tag einloggt, bekommt ihr schon Belohnungen dafür, dass ihr euch eben eingeloggt habt. Das hilft euch einfach schon, gewisse Tickets zu bekommen oder eben gewisse Belohnungen zu bekommen, die ihr dann später eben einsetzen könnt, um eure Decks zu verbessern. Bei dem zweiten Tipp handelt es sich auch um einen sehr simplen, aber sehr effektiven und zwar spielt gegen die Duellanden, die in eurer Welt erscheinen. Hierbei könnt ihr sogar die Autoduellfunktion benutzen, um eben mehr Zeit zu sparen, beziehungsweise um das Ganze sehr schnell abzuwickeln. Wichtig zu erwähnen hier ist, die Autoduellfunktion bekommt ihr erst ab Stufe 6, also schön leveln. So bekommt ihr einfach Erfahrungspunkten und sammelt zusätzlich Schlüssel und Edelsteine, die ihr eventuell für die Zukunft gebrauchen könnt. Ein weiterer Tipp ist es einfach jeden Tag die kostenlosen Edelsteine mitzunehmen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wo findet man diese Edelsteine? Ich zeige euch das Ganze einfach mal in Duel Links und zwar, ihr habt ja die vier verschiedene Ansichten hier und hier kann man verschiedene Sachen anklicken, um eben die Edelsteine zu bekommen. Hier in diesem Bereich sind es die Laternen, ihr könnt sie einfach anklicken und könnt so eventuell eben Edelsteine bekommen. Falls nicht, müsst ihr weitersuchen. Und zwar, wenn ihr einmal hier nach links klickt, kann man hier einfach auf den Springbunden klicken und schon geht das hier so hoch und auch hier könnten eventuell Edelsteine versteckt sein. Hier seht ihr es sogar, ich habe jetzt hier drei Edelsteine gefunden. Falls ihr das noch nicht getan habt und noch keine gefunden habt, klickt ihr hier einmal zur Seite und geht hier hin. Hier müsst ihr auf die Mülltonne hier unten klicken und dort können ebenfalls eben Edelsteine enthalten sein. Wenn ihr hier raufklickt, guckt hier eine Katze raus und ihr bekommt eventuell Edelsteine. Ebenfalls hier gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eventuell Edelsteine zu finden und zwar, wenn ihr hier über den Laden klickt, kommen hier so Luftballons raus und eventuell eben auch Edelsteine. Das sind die vier Möglichkeiten, wo eben eventuell Edelsteine versteckt sein können. Wichtig hier zu erwähnen ist, dass natürlich das pro Tag nur einmal geht. Und kommen wir jetzt auch zum letzten Tipp und zwar, wie kauft man richtig Karten bzw. Booster? Und das will ich euch kurz erklären. Dafür sind wir hier einfach mal im Spiel und gucken uns einfach mal ein Set an. Hier sehen wir ein Set und sehen, wie viele Booster diese ganze Box enthält. Und zwar hier zum Beispiel 180 Stück. Wenn ihr jetzt eine kauft, also hier einfach ein Pack kauft, dann geht hier eins natürlich runter und es sind nur noch 179 drin. Ebenfalls seht ihr hier rechts eben, welche Karten in diesem Set enthalten sind. Wenn ihr jetzt hier doch mal auf ein anderes Set geht, wo ich bereits schon ein paar Packs gekauft habe, sieht man hier, dass die Zahl deutlich runtergegangen ist und zusätzlich sieht man auch, welche Karten man bereits aus der Box gezogen hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier dieses Synchromonster uns angucken, ich habe es bereits einmal gezogen und jetzt ist es nur noch 0 mal eben in der Box vertreten. Das bedeutet, falls ihr genau dieses Synchromonster dreimal haben wollt, könnt ihr aus dieser Box ja quasi nicht mehr dieses Synchromonster ziehen, denn ihr habt es ja schon bereits einmal gezogen. Jetzt gibt es die Funktion Box zurücksetzen und dann werden diese Packs wieder aufgefüllt, aber auch eben alle Karten aus dieser Box. Das bedeutet zum Beispiel, dass ihr dieses Synchromonster eben wieder ziehen könnt. Also ist es manchmal sehr strategisch sinnvoll, die Box zurückzusetzen, um eben Karten wieder bekommen zu können. Also müsst ihr nicht die ganze Box leer kaufen, bis ihr eben eine neue bekommt, sondern könnt mit dieser Funktion eben ganz einfach die Box zurücksetzen. So Leute, das war eine ausführliche Erklärung, wie ihr am besten mit Duel Links anfangen könnt. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall geholfen. Ich werde auf jeden Fall jetzt weitermachen und werde am KC Grand Tournament teilnehmen und will auf jeden Fall Level 25 erreichen. Vielleicht schafft ihr das Ganze ja auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.